Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 hier auf dem Kanal. Ja, gestern hat sich jeder ein bisschen was getan. Wir begrüßen den Bastian Katschau in der Reihe der Drehschirmelfahrer. Herzlichen Dank dafür. Danke auch nochmal an Alex für deinen Superchat. Und wir wollen heute Richtung Feld 12 verlegen. Das heißt also, wir brauchen Abfahrer, wir brauchen, was brauchen wir denn alles? Hier ein vernünftiges, breites Schneidwerk, damit wir auch ein bisschen was geschafft kriegen. Und dann wird auf Feld 12 auf jeden Fall gedroschen. Bin doof gefahren jetzt. Ja, Feld 12 wird gedroschen und auf Feld 14, was wir uns auch im Stream neu gekauft haben, werden wir auch dann mit dem kleinen Drescher dann rumwurscheln und das abernten. Die Frage ist, schaffen wir das alles noch vom Tageswechsel? Ich muss gucken, wir haben nur noch zwei Stunden, dann fängt der schnelle Durchlauf an und ich muss mit meinem pornösen Abfahrwagen, hier wollte ich gerade sagen, mit meinem Palettenfahrer, muss ich gucken, dass ich die Ballen wieder zu den BGAs bringe, damit wir da noch ein bisschen Material haben, welches dann ab 19.30 Uhr durchlaufen kann bis um 12.00 Uhr. Da drückt dann doch ein bisschen der Schuh. Aber ich denke, kriegen wir ihn. Wäre ja gelacht, wenn wir das nicht schaffen würden. So, nehme ich. So, wir müssen nur das hier Schneidwecker mal eben kurz überspritzen hier. Ein bisschen Tageslichttauglichkeit herstellen, auch wenn es langsam Richtung Abenddämmerung geht hier. Innen im Nordfriesland. Entspannen wir eben das andere Schneidwerk an und dann kann er da mal hoch asseln. So. Was ist denn da oben? Die Mischfutterfabrik, ne? Feld 12 ist schwierig. Schwierig anzufahren. Zumindest für die großen Maschinen. Und zum Abfahren auch, weil da die Holzbrücke ist, die den Deich hoch geht, ne? Ich war erst aber überlegen. Komm, weißt du, wir stellen den erstmal hier an die Seite. Ich muss die Ballen anfangen, durch die Gegend zu fahren. Das geht nicht anders. Wo ist er denn, wo ist er denn? Da. BGA 1, Euler 1, Sido 1. Weiter. Was ist doch nicht so kompliziert. Ach, ich hab gar kein Licht. War weg. Doch, hab ich. Hier ist doch keiner. Hä? Was war denn Licht? Halt, 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 halt. Was war das denn? Das kann doch jetzt nicht mehr die Hälfte vom Wegenetz fehlen. Hä? Hä? Ja, alles gut. Ich dachte schon, ey. Mach mich nicht schwach hier. Oh, da will er hin. Dann scheint der kürzere Weg zu sein. Macht ja auch nichts. Er wird zu wissen, wo er hin will. So. Also, wir wollen da unten. Oh, da müssen wir ein bisschen tricksen. Er ist vom, vom Tanken wiedergekommen. Und ihn nehmen wir jetzt erstmal. Und da oben das Vorgewende. Alter, kommt doch, Leute. Was macht ihr es denn so kompliziert? Also, wir wollen das Vorgewende ein bisschen clean kriegen. Das wir nicht nachher wieder hergehen müssen. Und gegebenenfalls. Irgendwelche Ballen. Und aus dem Bach rausfischen müssen. Außerdem ist es schöner, wenn auf jeden Fall an dieser Seite das Vorgewende schon mal sauber ist. Na, so viele passen hier nicht mehr drauf. Dann, äh. Jetzt auf dieser Seite schon mal keine Schere rein. Okay. Und zack. Und dann nehmen wir einfach hier die 38 Ballen. Ist jetzt erstmal ein Geschenk, dass da zwei Ballen fehlen. Theoretisch nur maximal. Die, äh. Verladen werden könnten. Aber wir schmeißen die auf jeden Fall hier vorne hin. Und dann müssen wir natürlich unseren Abfahrer stoppen. Der. Dieser hier. Genau der hier. Kommt genau richtig. Ach, come on. Das alte Thema hier wieder. So, dann fahr mal weg. Dann fahr mal weg. So. So. Dann fahr mal weg. Und dann lassen wir jetzt erstmal ein paar Ballen hier runter purzeln. Oh, die stehen gut. Die stehen richtig gut. Ja, dann läuft das doch. Perfekt. Äh. Ja, du kommst später dran. Ich muss mal eben gucken, ob der schon da unten angekommen ist. Ah ja, okay. Details. Äh. Äh. Silage. 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 Job. Maximum zwei raus. So, die anecdote. Ähm. Äh. 1,3 Meter. Zack. So. noch mal schweinart damit fahren wir jetzt noch mal zur BGA Süd bei einer Plan sehr schön ach ist es nicht schön wenn es endlich funktioniert so cool, kannst du dann schon mal weiter mal gucken ob von ihnen keiner kommt dann fahren wir jetzt schnell randale anmachen hier weil wegen Straßenbreite Fahrzeugbreite und so ja der steht leicht über machst du nix ne? der 69er Jaguar mit Terratrack der ist ja irgendwie nur 2,98 breit oder irgendwie sowas ne? rrrr ohja überrein so ha 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 mehr so dann machen wir irgendwo den Start ne dann machen wir da oben hin der Start kommt da oben hin wir müssen den da oben hinlegen den Start und einfach aus folgendem Grunde einfach aus folgendem Grunde da oben die Passage die ist einfach viel zu eng 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 und Feldausfahrt machen wir aber trotzdem da dann können die hier rum abhauen oder oder mach ich da blaue Linie hin und lass sie dann über die andere Seite runter fahren ach komm keine Ahnung ich fang jetzt mal an zu dreschen Mann wo fang ich denn an? ich brauche Konzepte ich brauche Konzepte Dich fahren wir erstmal weg und satteln wieder um auf Mulde ich habe jetzt zwei Ladungen Tiere geholt 48 Schafe haben wir jetzt aktuell das ist jetzt nicht das meiste ich weiß aber für den Anfang ist das erstmal gut genug außerdem haben sie noch keinen Gras kein Gras jetzt müssen wir erstmal zum Hof kacheln da kommt einer so das war jetzt gerade der Silagefahrer ich hatte ja gestern im Stream gesagt ich baue absichtlich irgendwas ein womit ihr mich dann wieder zerreißen könnt Problem ist da steht natürlich jetzt einer extrem ungünstigen Stelle oben wurde es gerade eingeblendet für unseren Ballenabfahrer Guck mal hier 13 Minuten in der Folge die Mulde und fahren auch schon mal Richtung Feld Nummer 12 die Frage ist ja wie machen wir das dann da mit dem Abfahren weil das die Abfahrer die kleine Brücke da oder diesen kleinen Weg mit dem Geländer hochfahren ist natürlich schon hässlich ne gerade wenn du dann hier so eine Geschosse hast ich denke jedes Mal die Wände hier die schweben ne aber ist leider nicht das heißt leider zum Glück ist es nicht so dass sie schämen aber ähm sieht schon lustig aus mir bleibt ich glaube mir bleibt echt alter ähm mir bleibt nichts anderes übrig als wirklich da über die Reifeisen zu fahren über das Gelände und dann mit blauer Linie arbeiten beziehungsweise blau wenn sie orange ist sie dann als Nebenstrecke weil die sollen da ja nicht äh ein und aus fahren die sollen da ja wirklich nur lang fahren wenn sie abladen müssen so also Plan 1 da lang fahren Plan B wäre hier ausholen durch den Gegenverkehr und dann hier runter würde auch gehen ist nur nicht schön so und wenn du hier rausfahren willst da geht schon los und da habe ich mir ein Eigentor geschossen siehste das beste zum Schluss hier ha dann wird es da schon mal schwierig also rausfahren ginge ja dann auch nur durch den Gegenverkehr und dann so weg dabei wäre es doch einfacher wenn ich sage ich benutze hier diesen Weg auch wenn der nicht gerade der schönste ist aber ich habe keine Kopfschmerzen und dann schön hier hochballern und hier raus und dann weg oder von hier aus dann dahin ach das sehen wir morgen würde ich sagen das sehen wir morgen das ist noch so eine Sache da könnt ihr mal einen Vorschlag machen wie ihr es am besten machen würdet also wie gesagt mein Vorschlag ist hier hoch auf der anderen Seite vom Deich wieder runter über das Gelände von der Raiffeisen damit man sich dann halt den Ärger hier spart mit ja in den Gegenverkehr und so weiter das muss ja nicht sein ich meine wir praktizieren das zwar schon hier und da weil es halt nicht anders geht aber hier an der Stelle muss ich ganz klar sagen würde ich echt drauf verzichten oder am besten echt drauf verzichten hier diese Auffahrt zu benutzen und vielleicht sogar nur den Verkehr hier lang fließen zu lassen hier lang da hinten drauf hier hoch und hier hinten wieder raus und weg das wäre auch eine Variante also drei Varianten haben wir entweder auf dem Deich und dann durch den Gegenverkehr abbiegen über die Raiffeisen oder komplett am Feld zwölfern lang so könnt ihr ja dann mal euch überlegen und dann quatschen wir morgen im Livestream nochmal darüber bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit macht es hübsch ciao ciao bis zum nächsten Mal